Hallo, mein Name ist Nina Burkert. Ich bin ärztliche Koordinatorin des Asclepius-Tumorzentrums Hamburg. Im Asclepius-Tumorzentrum Hamburg kümmere ich mich vor allem um Tumorkonferenzen. In Tumorkonferenzen werden onkologische Patienten besprochen, es werden alle Befunde zu den jeweiligen Patienten gesichtet und es wird für jeden Patienten die individuell beste Therapieentscheidung getroffen. Wenn Sie Fragen dazu haben, melden Sie sich gerne. Vielen Dank.